i need you Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder halt zu einer weiteren Aufnahme von mir, dem minecrafter imob! jetzt im Hintergrund wieder so'n bisschen der sfb-Wort, der dort angestrengt nachdenkt Hallo! Deng 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 Alter ich krieg's nicht hin mir. Hallo Leute und willkommen zu seinem Video und ja, abonniert ihn, kommentiert ihn und abonniert ihn nochmal. So, jetzt bin ich hier in der Arena Nummer, weiß nicht was, auf Hive mit der Karte XY, weiß ich doch nicht. Ich habe einfach irgendeine genommen. Ist ja wurscht. Yay. Radwurst. Nein, das... Nein. So, die Kisten fallen. Das heißt, noch 30 Sekunden. Wie weit? 20 Sekunden. Und es ist die Emporium Map vom Something, MLG, Twinkle Man und so weiter. Könnt ihr jetzt alles da lesen. Ja, 10 Sekunden. Ja, mein Leute, mir ist vorhin übrigens die Abnahme abgekackt. Applaus! Ach, geil. Applaus. So, ähm, hier. Da komme ich... Kein Applaus. Ja. Klatsch, klatsch. SFB-Wut! Geil! Woo! Danke. Yay! Zwei Steinschwer... Äh, zwei Holzschwerter. Ich weiß, es sei... Leben alles Babo, dass ich einfach der Beste bin, ne? Nicht so selbstsicher. So, ich bin in der... Ich laufe gerade in der Kanalisation herum. Was? Ach, so. Ich hab genannt, hä? So, zwei Goldhelmer. Baby,rohmbrahm-D censäu... Ja, hier haben wir ein bisschen schöne Hintergrundmusik. Youj easing 해ien die attemptrekt 한- olmuş Corona aí. Eh, 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 eh. Ja, Leute, vor allem die Abnahme abgekacken. Junge, ich bin zu dem ich nehme über die Webc� auf. das ist richtig weh im Kopf du aber die Mann Scheiße dafür habe ich Premium blulululul ich kann ja ich kann nicht gerade auf und hab ne Holz was ist das Holz Schwert oder Steinachst ähm es steht die Ecke attekt der mit Schulappen ah stimmt gleich gut ist nicht neu erbelassen wir es doch 1 5 ist nicht neu erbelassen wir es doch sicher nee Junge das ist ja schon so lang ähm ja man nö ja man ich sehe ein der hat ein Scheiße das mit drei Stück wegrennen ich nehme jetzt auch auf yeah yeah you change has played bang und im Pilz so ähm ich kenne die Map übrigens überhaupt nicht hab keine Ahnung wo was ist na ja aber ist ja you have it in my body Nein komm schon renn 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 ungespielt ist mit mir auf der Map what the fuck on da is n komm schon komm schon komm schon ungespielt ist mit mir auf der Map oh yeah glaubst du sie? nö ich glaub's nicht aber zwei an ähm vorhin in der Lobby waren zwei andere YouTuber und das ist nicht gelogen das ist zwei andere unwichtige YouTuber so ich mach jetzt meine Ansprache Schnauze ja mach du alter du so ja mach du ich und ich wollte sie dann zu beginnen jetzt ruhig bitte ah wegen dir Mann Junge ich geh nicht Straße Haus Nummer okay Achtung ruhig jetzt Salü Leute und Willkommen Willkommen wo es war mit einem Sieg was es auch sonst noch alles gibt auf dem Server Hive und zwar spielen wir heute wieder mal Surreal Games nach der vierten tausendsten Aufnahmeversuch ja hoffentlich klappt es dieses Mal bis gleich tschüss ähm was ist besser Leder oder Gold Helm Gold 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 so Achtung jetzt wieder kurz ruhig Salü Leute Welcome Zurück auf der Map und ja Map xy Map xy Map das heißt sie glaub ich und zwar mit ja ein paar Premium unter anderem bin der Premium ich auch sehr neu Premium wop bam wop bam wop bam SFB-Boot-Style komm ich noch nie ich schaue Team SFB-Boot ja also man kennt mich schon ein bisschen hier ich nehme auf Jolo man kennt mich schon Jubekett will bekehlt will wenn wir viel besser Gold oder so Schäden also um Kettbewerbs also meint Kettenrüstung ja Ketten und die Kette ja Gott dann hab ich go ich hatte den Start nicht verpennt gibt nicht ich habe ich habe nicht geil ich habe ein Steak das hilft einem ich habe eine Bratine Steak das hilft einem zu überleben ich habe acht Weizen aber kein Crafting Table ja vor mir steht da eine Kiste in einem Sanitäts oh wie geil Junge ja what the fuck wie wurde ich jetzt hier dann zurückgebackt ja scheiße mann kurz vor der Kiste ich wurde wow nicht nett so jetzt ich verklage Haif ich verklage ich ich hab mal Bock Haif zu verklagen ja ja mach du Haif sie haben dieses Recht nicht gemacht sie haben SFP zurückgebacken lassen dies ist leider nicht akzeptabel umführt umführt direkt zu einer Strafmaßnahme wow komm die ersterber alle schließen ich bin gestorben ich bin gestorben was ich scheiße in pvp aber lassen wir es du bist nicht die Welt der Babo in PvP ich bin ich bin ich bin auch ein bisschen spektakten bei mir und jetzt wird der ich nur ach ich bin auf dieser Met mit ab 0 nein ich noch mal ein 4 5.000 starten und die Sohn was macht der Mann was ist ich fair hast du gestorben ja so also SGSGSGSG4 kann es gehen wenn ich reinkommst ich geh rein ja ähm ich beende die Folge bei mir mal ähm mit dem spektakten mir das Wurst ob jetzt wer gewinnt Wundersohn SG4 komm ja ja ähm dann tüsen und bis zur nächsten Folge von Survival Games wenn ich diese hochlade tschüss tschüss tschüss